Hier ist ein absoluter Superstar zu Gast am Brandenburger Tor in Berlin. Der Mann, der in den 70ern, also seit 50 Jahren auf der Bühne, mit Smokey Welthits geschrieben hat. Und einige davon werden wir gleich hören in der Zwischenzeit mit Susi Quadro Stumbling in und so weiter und so fort. Willkommen am Brandenburger Tor mit einem Medley seiner größten Hits. Hier ist Chris Norman! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich werde ein Song von mein neues Album von Februar, von Junction 59. Das Lied heißt... ...Kraise. ...Crazy. You know we're all crazy. The world's gone crazy. Can somebody save me? Oh, it's all crazy. It's all gone bad. It's all going down the panel wait until it hits the middle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020